was ist das denn jetzt wieso können die mich jetzt mit einmal umschmeißen unter mich drunter gehen und hallo und herzlich willkommen zur 28 folge unseres let's play planet nomads aber sind immer noch dabei hier die batterien herzustellen ich habe jetzt gerade immer so ein bisschen die zeit vorlaufen lassen habe in handtuch geholt damit ich immer so ein bisschen das schwitzen unterbinden können ja wir lassen das mal kurz weiterlaufen gehen hier rein und hoffen dass die zeit hier weiter läuft genau so war das gedacht so wir haben unsere 100 zusammen sehr schön jetzt ist aber die große frage hier haben wir ja verdammt viel gefunden und hier haben wir auch was gefunden wo gehen wir hin eigentlich wollten wir zu dem ursprünglichen sind aber irgendwie am wasser hängen geblieben ich denke mal wir werden doch wieder in die richtung gehen das heißt wir fahren richtung westen und hoffen dass wir hier vernünftig was finden denn das hier ja alles schön und gut aber wie gesagt da ist das wasser im weg also abrichtung westen ich fahre erstmal hier so ein bisschen rüber bitte nicht weglaufen ich fahre ich fahre Hallo? Ja, ein bisschen langsamer machen, da durch, naja, das Handspeicherlack. So, jetzt gucken wir mal, wo wir sind, oh, das ist auch noch eine ganze Ecke. Komm, 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 weiter, nicht hängen bleiben jetzt. So, jetzt gucken wir mal, wo wir sind. So, jetzt gucken wir mal, wo wir sind. 1,8 km. 1,8 km. 1,1 km noch, durchs Wasser sind wir durch. Ups, aber hier nicht durch den Wald. So, jetzt gucken wir mal, wo wir sind. Bisschen bremsen und hier fahren wir ein bisschen durchs Wasser. 300 und Meter. 250, 180, unter 100, langsamer machen. Leuchtfeuer. 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 1,8 km 1,8 km. 80,180, 34,60, 30,000. Das war's für heute. hat nicht so ganz funktioniert wie es sollte macht nichts eisen und kohle aber irgendwo muss hier noch ein kleiner container sein wo hat er sich versteckt wo habe ich mich jetzt verletzt ich bin hier lang gelaufen wo ist der container das ist jetzt so ein bisschen eigenartig hier 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 wieder inventar voll biomasse habe ich denke ich mal erst mal genug und das war eine ganze menge eisen und die kohle auch also kohle bereich sieht sie man auch ein bisschen und wir haben wieder viele bauteile gott da gucken wir mal wo unser nächstes ziel ist genau richtung süden nicht ins loch fahren muss er gerade gebuddelt haben so ein kleines steinchen das hält mich auf und über große steine kann man rüber fahren finde ich jedes mal wieder faszinierend das war ein baum nicht ohne weiteres fällen können ich weiß nicht so großen das ist mir durchaus klar komm ich fahre um euch rum ich will euch ja nichts tun aber lasst ihr mich bitte auch in ruhe oh ne 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 genau geht du mal erst mal das ist jetzt nicht so gut dass der uns da hinterher kommt weil jetzt kann man mini aussteigen dann ich Um, um, um. ach man ja wieso lasst ihr mich nicht zufrieden willst du jetzt da ewig stehen bleiben oder was ist jetzt los ja haut doch mal ab was ist das denn jetzt wieso können die mich jetzt mit einmal umschmeißen unter mich drunter gehen und das ist doch wohl mehr als baggie was hier wieder passiert ja nun hau doch ab blödes vieh ich glaube es nicht was soll das denn jetzt hängt das vieh da irgendwie fest und ich komme hier nicht mehr raus das ist doch wohl schwachsinn so was das geht ja gar nicht ja was ist das denn jetzt hier muss ich jetzt nicht verstehen na your body sustained heavy injuries internal bleeding detected your body sustained heavy injuries so jetzt hänge ich hier wieder fest das gibt es doch nicht jetzt kommt das vieh wieder runter mann ihr programmierer sag mal habt ihr einen an einer waffel so eine scheiße zu programmieren was soll das warum lassen die mich ich bin hab auf friedlich gestellt warum lassen diese blöden fischer mich nicht in ruhe ich will hier nicht lange rum kämpfen und was weiß ich alles dann wenn ich sowas machen will dann dann kaufe ich mir ein baller spiel ja jetzt gleich liege ich ganz um mann was soll das und jetzt kommt das vieh wieder man das kannst du echt nicht sein lass mich doch zufrieden und er setzt mich auch jedes mal irgendwo sonst wohin hier anstatt mich direkt daneben ja toll ja leute aber wir sind am ende dieser folge ich werde jetzt alleine weiter versuchen entweder ich komme hier raus und das spiel ist komplett beendet ich habe echt die nase voll also solche derben programmier fehler und sowas nennt sich released das ist keine fertige version das ist eigentlich nur eine alpha was ihr hier im jahr abgeliefert habt mehr nicht ich bin stinksauer und ja dementsprechend entsprechend wie gesagt entweder ich komme jetzt hier raus oder aber das spiel ist für mich beendet bis dann tschüss